Sehr geehrte Damen und Herren, mein Name ist Peter Hanke und als Stadtrat für Finanzen, Wirtschaft, Arbeit, Internationales und Wiener Stadtwerke ist es mir eine besondere Freude, dass sie heute im virtuellen Wiener Rathaus bei der Agenda Europa 2035 willkommen zu heißen. Nach drei Jahren der Krisen, zunächst der Corona-Pandemie, dann dem Ukraine-Krieg und damit verbundene Energie- und Teuerungskrisen, halte ich die heutige Konferenz für eine gute Möglichkeit innezuhalten und den Blick wieder nach vorne zu richten. Dabei spielt auch die Frage des heutigen Tages eine wichtige Rolle. Welchen Beitrag leistet Digitalisierung in der EU in schwierigen Zeiten? Was kann die Informations- und Kommunikationstechnologie zur Bewältigung von diesen Beitrag? Aus der Wiener Perspektive lautet die Frage, welchen Beitrag kann die Digitalisierung für unsere Stadt, unseren Standort und die Bevölkerung leisten, um die Herausforderung zu meistern und Wien eine erfolgreiche Zukunft zu führen. Technische Innovation allgemein und die Digitalisierung in speziell sind eine der drei Säulen unserer Smart City Rahmenstrategie. Ressourcenschonung, Effizienzsteigerung, Partizipation. Viele Bereiche, die eine lebenswerte Stadt und einen dynamischen Wirtschaftsstandort ausmachen können, muss nur so durch die richtige digitale Infrastruktur gelingen. Genauso wichtig wie die Infrastruktur ist allerdings, dass die Digitalisierung den Menschen dehnt. Die Nutzerinnen und Nutzer müssen mit ihr gehen können und freien Zugang zu ihr haben. Genau darum setzt die Stadt Wien auf den digitalen Humanismus, also die Synthese aus technologischem Fortschritt und menschlicher Teilhabe für alle. Die Stadt Wien arbeitet in diesem Bereich auf mehreren Ebenen. Als Partnerin bei der Errichtung einer leistungsstarken digitalen Infrastruktur, als Behörderin von privaten und universitären Forschung und Entwicklung. Als digitale Servicestelle für die Bürgerinnen und Bürger und als politische Kraft in unserem gemeinsamen Europa. Im Titel der heutigen Konferenz haben Sie den besonderen Stellenwert unseres Kontinents in Bezug auf die Digitalisierung bereits erwähnt. Und ich möchte zustimmen, es ist eine zutiefst europäische Chance. Wir haben bei der europäischen Datenschutzrichtlinie gesehen, dass ein gemeinsames Europa globale Standards setzen kann. Seit März 2020 habe ich gemeinsam mit der Wirtschaftsagentur Wien vorhandene und neue Digitalisierungsförderungen ausgebaut bzw. neu entwickelt. So haben wir die Wiener Homeoffice-Förderung verdreifacht und den Betrieben insgesamt 10 Millionen Euro für die Um- und Aufrüstung ihrer Hard- und Software ausbezahlt. Weitere 15 Millionen standen für Webshop-Förderung zur Verfügung. Und gleich zu Beginn der Pandemie gerade den Kampus die Möglichkeit zu geben, einen professionellen Werbeauftritt und Präsenz zu schaffen. Die Unterstützung der Wiener Wirtschaft durch Digitalisierung äußert sich aber auch abseits von Förderung. Seit 10 Jahren bieten wir mit Open Government Data detaillierte Auskunft über die Zahlen und Daten der öffentlichen Verwaltung. Von 3D-Modellen über Echtzeit-Informationen der Wiener Linien, BLAB-Hotspots oder Messdaten für Luftqualität. Dies ist nicht nur ein Zeichen von größerer Transparenz, sondern auch eine gern genutzte Chance, Daten für die wirtschaftliche Verwertung neu zu nutzen. Wien ist längst als attraktiver Forschungsstandard eine Community von über 100 Forschern und Forschern geworden. Wir beschäftigen eine Vielzahl auch an Wiener Universitäten und Forschungseinrichtungen mit diesem Thema. Der digitale Humanismus der Wiener Wirtschafts- und Forschungs- und Technologiefonds führt dieses Jahr den mittlerweile zweiten Projektgruppe für große Forschungsprojekte im Bereich der digitalen Humanismus durch. Der Mai starten wird. Im letzten Call 2020 konnten wir bereits 3,6 Millionen Euro in neuen Projekten gefördert. Digitalisierung als Chance am Arbeitsmarkt. Digitalisierung ist aber nur durch die richtigen Fachkräfte am Arbeitsmarkt eine Chance für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sowie Unternehmer. Daher ist die Befehlung der Main Shield in unserem Arbeitsmarkt ein besonders wichtiger Faktor. Gemeinsam mit dem Wiener Arbeitnehmer Förderungsbuch haben wir daher versucht, die Qualifizierung unserer Arbeitskräfte über die DigiWienerinitiative mit bis zu 5000 Euro pro Person in Weiterbildung zu unterstützen. Davon abgesehen bietet die Stadt von Kindern bis in den Seniorenbereich breiten Support, um die Chancen der Digitalisierung für alle Gesellschaftsschichten zugänglich zu machen. Weil wir neben dem sozialen Gerechtigkeit auch für eine digitale Gerechtigkeit eintreten. Die Stadt Wien als digitale Servicestelle ist auch so ein Thema. Die Smart City Rahmenstrategie bildet das Fundament für die digitale Transformation unserer Stadt und behandelt die Digitalisierung als Chance, die Lebensqualität unserer Bürgerinnen und Bürger zu verbessern. Wir verstehen es somit als unsere politische Aufgabe, Technologie für möglichst allen Bewohnerinnen und Bewohner unserer Stadt nützen zu können. Von unserer SACS Wien App und unserem Stadt Wien Bot bis zum digitalen One-Stop-Shop der Wiener Stadtwerke wollen wir ein moderne und unbürokratisches Angebot für das tägliche Leben in unserer Stadt anbieten. Ein Blick über den Tellerrand macht deutlich, wie unterschiedlich hier unsere Nachbarn und Handelspartner positioniert sind. Und dass selbst niederschwellige Initiativen und das richtige Werkzeug für den Einzelnen oft einen großen Unterschied macht. Daher unterstütze ich auch den Ausbau von 5G und Glasfaser, um Ihnen einen möglichst schnellen und verlässlichen Zubank zu den digitalen Schnellstraßen der Welt zu ermöglichen. Damit wünsche ich Ihnen einen spannenden Tag und ich möchte mich noch einmal ganz herzlich für all das bedanken, was auch heute hier diskutiert wird und wir gemeinsam in Zukunft haben. Danke. 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 Danke.